Der Totenkopf Der klare Abend, welcher sich beruhigend einem schwülen Sommertage anschloss, hatte den neuen Gutsbesitzer, obersten Kielholm, mit seiner kleinen Familie auf die steinene Bank vor dem Herrenhause gelockt. Um mit den einzelnen Unterdanen allmählich bekannt zu werden, gefiel es ihm, manchen Vorübergehenden um sein Treiben und Ton zu befragen und mancher Beschwerde durch Rat oder auch wohlthätige Unterstützung abzuhelfen. Eine besondere Freude gewährte es der Familie, daß der schräg gegenüberliegende Gasthof, der unter seinem vorigen Inhaber ein abstoßendes, schmutziges Ansehen gehabt hatte, mit jedem Tage sich stattlicher herausputzte. Es freute sie um so mehr, da der neue Gastwirt, der zuvor Jahre lang ihren Dienste eifrig vorgestanden, schon jetzt die guten Folgen seiner Verbesserung lobte und in dem neuen Gewerbe sich überaus wohlgefiel, daß ihn und seine junge Frau nebst den Zugehörigen künftig einmal reichlich zu ernähren versprach. Wo sonst, trotz der liebhaften Straße, kein Mensch so leicht gewagt hatte, eine Nacht zuzubringen, da kehrten jetzt tagtäglich Gäste ein. Immer standen Kutschen im Hof und vor dem Hause, und die insgemein recht freundlichen Mienen, der zur Abreise wieder einsteigenden, gaben dem Wirte, der mit abgezogener Mütze am Kutschen vor Schrage zu stehen pflegte, ein unzweideutiges Zeugnis für die Güte und Billigkeit seiner Anstalt. Ein eben verschwundenes bewegliches Gemälde dieser Art lieh jetzt dem Stoff zur Unterhaltung, als eine seltsame Equipage, die von der anderen Seite herankam, die Aufmerksamkeit des Obersten und der Seinigen an sich zog. Einem langen, mit Kasten und allerlei Geräte beladenen Leiterwagen waren zwei in Größe, Gestalt und Farbe durchaus verschiedene und voneinander lächerlich abstechende Pferde vorgespannt, welche dem Hungertode allmählich entgegenzugehen schienen. Ein zweiter, vermutlich durch die Beraubung des Nachbartenwaldes erst zum Theil zur Laube eingerichteter, unförmlich langer und breiter Wagen hatte vier, nicht viel bessere Pferde aufzuweisen. Das wunderliche Völkchen, das auf diesem Wagen saß, frappierte die Gesellschaft am meisten. Mit Kindern und Erwachsenen, mit Männern und Weibern war er vollgestopft. Aber kein Augenpaar schien dem anderen freundlich zugeneigt. Aus den braunen Gesichtern sprach teils Mißbehagen, teils entschiedener Haß und Widerwille. Das war keine Familie, sondern ein aufgeraffter Trost, der, vermutlich nur durch Furcht und Bedürfnis der Nahrung, locker zusammengehalten wurde. Der scharfe Blick des Obersten entdeckte dies schon in ziemlicher Entfernung. Er sah auch deutlich, wie sich aus dem Laubgewölbe im Hintertheile des Wagens ein besser als die übrigen gekleideter Mann hervorbewegte und auf ein ermahnendes Wort von ihm alle sich nach dem Haus zukehrten und mildere Gebärden annahmen, auch Haarengleider in besserer Ordnung zu streichen suchten. Der vordere Wagen hielt schon am Gasthofe, als der andere beim Herrenhaus vorüberkam, und äußerst demütige Grüße der Gewogenheit der Gutsherrenschafter bitten zu wollen schienen. Kaum stand der zweite Wagen still, als auch schon alles herausgesprungen war. Jedes beeiferte sich der Nähe des Nachbars baldigst zu entkommen. Das überaus flinke und künstliche Herabspringung selbst gab den sichersten Aufschluß über das Gewerbe der Leute. Unfehlbar waren es Äquilibristen. Der Oberste äußerte, daß sie ungeachtet der ehrerbietigen Grüße ihre Künste wohl schwerlich hier preisgeben, sondern allem Vermuthen nach unverzugter Residenz zureißen würden, weil es sich kaum der Mühe verlorene, die reiche Losung, welche sie dort erwarte, des dürftigen Gewinnes halb, auf den sie hier rechnen könnten, auch nur einen Tag später einzunehmen. »Wir haben diese Leute,« sagte er, von ihrer schlechtesten Seite gesehen, ohne die Hoffnung, sie auch von der Guten kennen zu lernen. Seine Gemahlin schien eben ihre Abneigung vor allen halsbrecherischen Künsten ausdrücken zu wollen, als der besser denn die übrigen gekleidete Mann herüberkam und nach einer tiefen Verbeugung um Erlaubnis bat, sich einige Tage hier aufhalten zu dürfen. Der Gutsbesitzer konnte um so weniger etwas dagegen haben, da der höfliche Fremde zur gleicher Zeit einen ganz unverdächtigen Passe überreichte. »Nur suche ich sie,« sagte der Oberste dächelnd, »ihren Leuten recht einzuschaffen, daß alles unerlaubt auch in meinen Dörfern verboten ist, damit verdrießlichen Händeln ausgewichen werde. »Sorgen Sie nicht, gnädiger Herr, eine sehr strenge Disziplin greift der Ambition meiner Truppe nachdrücklich unter die Arme, sie ist gewissermaßen ihre eigene geheime Polizei, alle müssen mir für ein und einer für alle stehen, jeder hat die Pflicht, auf sich das Unrecht des anderen zu entdecken, auch wird er dafür jederzeit obendrein belohnt, wogegen die Verheimlichung immer zu einer empfindlichen Strafe führt.« Die Gemahlin des Obersten konnte ihren Abscheu vor so grausamen Verhältnissen kaum verhehlen. Der Fremde entdeckte ihn und sagte achselzuckend, »ein jeder muß sich in seine Lage zu fügen suchen. Ich habe gefunden, daß ohne eine Behandlung dieser Art kein Auskommen mit solchen Leuten ist. Übrigens können Euer Gnaden um so sicherer auf meine Wachsamkeit am hiesigen Orte rechnen, da ich das Glück habe, hier geboren zu sein, und dieser halb doppelte Verpflichtung gegen den Ort und dessen gnädige Herrschaft in mir fühle.« »Von hier?« sagte die Oberstin verwundert. »Nicht anders, gnädige Frau. Mein Vater war der Schulmeister Schuster, der vor kurzem erst gestorben ist. Ich nenne mich Karl Solaro, weil ich gefunden habe, daß mein Gewerbe unter italienischem Namen sich etwas dankbarer beweist als unter deutschem.« Das Interesse der Herrschaft an dem nicht ungebildet scheinenden Manne verdoppelte sich. Es war bekannt, daß der wegen der Volksmenge des Kechspiels ziemlich reich verstorbene Schulmeister seinen einzigen Sohn auf dem Pflichtteil reduziert und eine entfernte junge Verwandte zur Universalerbin eingesetzt hatte. Man bedauerte ihn daher nicht allein aus gewohnter Höflichkeit, sondern auch, weil durch die angenehme Gestalt des jungen Mannes sowohl, als durch sein Benehmen das Mitleid der Gutsherrschaft wirklich rege geworden war. »Mein Vater, sagte Karl Solaro, hat nicht väterlich an mir gehandelt. Daher glaube ich auch, um so eher von dem Rechte Gebrauch machen zu müssen, was mir gegen sein Testament zur Gebote steht. Es hat einige wesentliche Mängel, und ich bin begriff, diesen sogenannten letzten Willen förmlich umzustoßen. Doch verzeih in Euer Gnade, daß ich Sie mit diesen Dingen behellige, welche das Gespräch unwillkürlich herbeiführte. Nur noch eine untertänige Bitte erlauben Sie mir. Zum Dank für die gnädige Aufnahme wünschte ich, Ihnen etwas von den Künsten meiner Truppe sehen zu lassen.« Der Oberst zeigte sich beifällig, und der Tag dazu wurde festgesetzt. Noch an demselben Abend suchte Karl Solaro den Pastor auf, um ihm sein Vorhaben gegen das Vaters Testament mitzuteilen. Der gute, fromme Mann entsetzte sich davor. Er suchte ihm die Gerechtigkeit des väterlichen Zornes zu beweisen. »Denken Sie sich, junger Mann«, sagte ihr, »einen Greis, der dieses in seinem Berufe geworden ist und sich eines Sohnes erfreut, in dessen Hände er diesen Beruf legen kann. Denken Sie sich einen Sohn von Talent, Kenntnis und Willen dazu. Was hat der Vater weiter zu thun, als dahin zu streben, daß dieser Sohn nach seinem Hinscheiden sein Amt erhalte?« Auch hierin begünstigt das Glück Ihren Vater. Der Sohn wird zu seinem Nachfolger ernannt, und nun, wie sich der Greis ganz geborgen und glücklich glaubt, wird dieser Sohn auf einmalig lockere Gesellen dem zwar ziemlich unbeachteten, aber doch gewiß ehrwürdigen Greise seiner Zukunft entrissen. »Lieber Schuster, wenn Sie auch damals, als Ihren würdigen Vater heimlich verließen, um mich auf die gute Bahn zurückzurufen? Aber Sie verstopften Ihr Ohr dem väterlichen Worte.« »Weil die Verbindung, in der ich damals lebte, recht auf mich hatte, die ich nicht wie ein mißfälliges Kleid von mir werfen konnte. Wäre ich mein eigener Herr gewesen wie jetzt?« »Keine Silberweite darüber. Nur soviel bitte ich Sie, Ihres Vaters Gebein, nicht durch Umstoßung seines Willens die gebührende Ehrfurcht zu versagen.« Wirklich war der junge Mann durch diese Reden und das ehrwürdige Ansehen des Pfarrers schwankend in seinem Entschlusse geworden. Allein dieser stand schon am folgenden Tag wieder fest. Er hörte nämlich hier und da, mit welcher Erbitterung sein Vater von ihm noch kurz vor seinem Ende gesprochen hatte, und wurde dadurch so entrüstet, daß er nun nicht einmal von seinem Vergleiche mit der Erbin etwas wissen wollte, den der Pfarrer in den Vorschlag brachte. Selbst der Gutsherr suchte vergebens Vermittler zu werden und überließ, da dies sah, die Sache ihrem Gange. Übrigens fand er Interesse an dem neuen Bekannten von so abenteuerlichem Gewerbe, wohnte mancher Übung der Equilibristen bei, und ergötzte sich so sehr an der wohlgelungenen Vorstellung, welche Calzullaro zur Freude seiner Familie veranstaltet hatte, daß er ihn zu einer zweiten Bekannten bewog, worauf er einigen Bekannten aus der Nachbarschaft Einladungskarten schickte. Bei dieser Gelegenheit sagte Calzullaro, »Bis hierher haben Sie noch gar wenig von meiner eigenen Fertigkeit gesehen. Aber glauben Euer Gnaden nicht, daß ich immer nur als Kritiker unthätig neben den Leuten stehe. Ich habe meine Kunstsphäre so gut wie diese und behalte mir vor ihnen, ehe ich abreise, mit manch magnetischem und elektrischem Stücke ein Stündchen, vielleicht nicht unangenehm, zu vertreiben.« Der Oberste erzählte hierauf, wie er erst vor kurzem einem Mann dieser Art in der Residenz gesehen, von dem ihm manches recht wohlgefallen habe. Am meisten sei er durch die sogenannte Bauchsprache überrascht worden, worin derselbe ganz vorzüglich gewesen sei. »Darin gerade,« antwortete Calzullaro, »glaube auch ich, mich mit jedem messen zu können.« »Das freut mich,« rief der Oberste, »besonders müßte ein Gespräch, das jener Mann scheinbar mit einem Totenschädel hielt, einen großen Effekt hervorgebracht haben, wenn von Gastrologie zuvor gar nicht die Rede gewesen wäre. Wenn Euer Gnaden befehlen, so könnte man dies ja versuchen.« »Schön,« sagte der Oberste und fügte, nachdem Calzullaro gute Beweise von seiner Geschicklichkeit in der erwähnten Kunst gegeben hatte, hinzu, »man müßte das Schauerliche der Sache noch durch manche Nebenmittel mehr hervorheben, z.B. durch schwarze Bekleidung des Gemachs, Auslöschen aller überflüssigen Lichter, die Wahl der Metternachtsstunde usw.« »Es müßte nach einer Art von geistigem Lisère nach dem Abendtische ein ganz unerwartetes Schauspiel werden, wobei den Zuschauern etwas Eis über den Körper liefe, damit sie bald darauf bei Enträtzelung der Sache reichlichen Stoff zum Lachen über ihre eigene Furcht gewinnen, denn ohne einiges Grauen wird es wohl, wenn es gelingt, für niemand abgehen.« Calzullaro nahm Interesse an dem Projekt und versprach gewiß nicht zu vernachlässigen, was dessen Gedeihen befördern könne. Ein Kabinett wurde indessen geräumt und schwarz ausgeschlagen, aber alles möglichst geheim. Nur die Oberstin, auf deren Verschwiegenheit man bauen konnte, war von dem Vorhaben unterrichtet. Ihr Gemahl hatte sogar einen kleinen Zwist bei dieser Gelegenheit mit ihr. Sie verlangte nämlich, daß zu dem seltsamen Schauspieler das Modell eines Totenkopfers von Gips angewendet werde, wonach der älteste Juncker zeichnete. Allein der Oberste bestand darauf, daß ein wirklicher Schädel dazugehöre, weil sonst die Illusion der Zuschauer gar leicht gestört werden könnte. Auch der Schädel, nachdem man ihn sprechen gehört hatte, zu vollkommener Überzeugung, daß es einer sei, den Gästen zum Anschauen herumgegeben werden solle. »Und woher den Schädel nehmen?« fragte die Oberstin. »Dafür wird der Totengräber schon Sorge tragen.« »Und welches Totenruhe soll durch diesen frivolen Scherz gestört werden?« fragte die Oberstin. »Wie sentimental!« rief Kielholm, der die Sache weit leichter nahm. »Und hört es wohl, daß du kein Schlachtfeld mit angesehen hast, wo für die Ruhe der Toten nur so lange gesorgt ist, als der Landmann es will, auf dessen Acker sie eingeschott liegen. »Gott bewahre mich auch vor solchem Anblick!« sagte die Oberstin und entfernte sich, da sie wohl merkte, daß der Gemahl für ihre Einwendungen durchaus keine Empfänglichkeit besaß. Auf sein Geheiß schaffte der Totengräber einmal des Abends einen wohlerhaltenden Schädel herbei. Am Morgen des für das eigene Schauspiel festgesetzten Tages sann Karl Solaro eben im nahen Wäldchen über die Anrede an den Totenkopf und dessen Antworten, auch darüber nach, wie der Schädel am besten zu platzieren sei, um sogleich dem Verdacht entgegenzuarbeiten, als ob seine Antworten durch Kommunikation mit einer versteckten Person hervorgebracht würden. Da kam der Pfarrer vom Filiale angefahren, wohin er in der Nacht zu einem Sterbenden war geholt worden. Der fromme Mann, der in diesem zufälligen Zusammentreffen einen Fingerzeig des Himmels zu finden glaubte, ließ halten, um den Abenteurer nochmals zu einem Vergleiche zu raten. »Ich habe«, sagte er, »von der Erbin ihres Vaters erst gestern Abend einen Brief verhalten. Um alle öffentliche Störung der letzten Verfügung des würdigen Mannes zu vermeiden, bietet sie ihnen die Hälfte des ihr zugesprochenen Vermögens freiwillig an. Das werden sie doch wohl dem ungewissen Ausfalle eines für sie in keiner Weise ehrenvollen Prozesses vorziehen. Allein Karl Solaro blieb dabei, daß die Gesetze zwischen ihm und dem Erblasser entscheiden sollten. Der rechte Gesichtspunkt war dem jungen Manne verrückt, aus dem er seines Vaters Widerwillen gegen ihn hätte beurteilen sollen. Der Pfarrer, der alle Bitten und Vorstellungen verschwendet sah, verließ ihn im Zorne, und Karl Solaro ging langsam in den Gasthof zurück, um den Äquilibristen ihr Pensum für den heutigen Tag aufzugeben, und ihnen zugleich zu sagen, daß er zwar nicht in der Nähe sein, aber doch von Weitem alles Vorzügliche wie alles Fehlerhafte beobachten werde. Auch das, daß er sich den Gästen nicht als Vorsteher dieser Gaukler zeigen wollte, war ein Kunstgriff auf die Nacht berechnet, wo er als ein gänzlich unbekannter des Rätselhafte der Szene zu erhöhen dachte. Das Voltigieren und Seiltanzen lief vorzüglich ab. Je seltener die auf dem Lande lebenden Gäste etwas Bedeutendes in diesen Künsten zu sehen bekamen, desto mehr fanden sie sich veranlaßt, die Kräfte der Truppe zu bewundern und zu erheben. Besondern Beifall genossen die Kinder, die für ihr Alter in der Tat nicht wenig leisteten. Das Mitleid mit einem bedauernswertigen Schicksale ging dem Beifall zur Seite, und die Damen beeiferten sich durch kleine Gaben, freundliche Gesichter hervorzulocken. Die Geschicklichkeit der Truppe war den ganzen Nachmittag der Gegenstand des Gespräches. Ja, der Abendtisch hatte noch viel davon zu hören, bis der Hausherr, welcher bis dahin häufig auf und ab gegangen war, endlich ebenfalls festen Platz nahm und als so anfing. Ich freue mich, meine genügsamen Freunde mit dem kleinen Schauspieler, das ich ihnen zu geben hatte, so zufrieden zu sehen. Ich freue mich um so mehr darüber, daß ich manches Natürliche mit dem Namen »Unbegreiflich« belegen hörte, da ich imstande bin, nach diesem Abend etwas in der Tat Unbegreifliches ihrer Prüfung zu unterwerfen. Es ist nämlich in diesem Augenblick ein Mann auf meinem Gute, der einen so seltsamen Verkehr mit der Geisterwelt hat, daß er die Toten selbst zur Antwort auf seine Fragen zu nöthigen versteht. »Ei«, sagte eine Dame lachend, »machen Sie uns nicht bange.« »Jetzt spotten Sie«, versetzte der Oberst, »aber ich wette darauf, daß Ihre Laune bei der Szene ein wenig erschüttert werden soll.« »Ich gehe die Wette ein«, war die Antwort. Die übrigen traten der ungläubigen Dame bei und erklärten sich so laut und übermütig gegen die Wahrheit von dergleichen Schau aus Szenen, daß der Oberste für den Effekt der Vorhabenden wirklich besorgt zu werden anfing und gewiß die Sache ganz unterlassen hätte, wenn er nicht von seinen Gästen selbst beim Worte gefaßt worden wäre. Die Gäste gingen noch weiter. Sie drangen in den Wirt, sie jedoch nicht so lange auf die versprochenen großen Dinge warten zu lassen. Aber der Oberste, der, um nur einigermaßen seine Rolle zu behaupten, den Spott, welcher sie dazu trieb, ganz ignorierte, versicherte ernstlich, daß vor der Mitternachtsstunde das Experiment durchaus unmöglich sei. Endlich schlug die Turmuhr zwölfmal, und der Hausherr winkte den Bedienten, daß sie einige Reinstühle vor die Thür eines Seitenkabinettes setzten. Dann lud er die Gäste ein, auf diesen Stühlen Platz zu nehmen und befahl, als das geschehen war, das Auslöschen sämtlicher Lichter. Während dieses vor sich ging, sagte er, noch will ich meine Freunde vor allem Vorwitze gewarnt haben. Es war in der That, als ob das Ernste und Feierliche dieser Worte einen tiefen Eindruck auf die Versammlung mache, welcher schon der Schlag der Mitternachtsstunde und dann des Verlöschens eines Lichtes nach dem anderen einen Teil ihres Unglaubens benommen zu haben schien. Dazu erschollen aus dem Gemache, vor dem die Versammlung saß, der Geister beschwören tiefe, wunderliche Töne, die von abgemessenen Hammerschlägen unterbrochen wurden, bis endlich beide Flügeltüren auseinanderflogen und aus der Weihrauchwolke, welche das ganze Kabinett ausfüllte, nach und nach mit einfachem Schwarz bekleidete Wänden zum Vorschein kamen, nebst einer ebenfalls Schwarz umhangenen Ara, von der ein Totenkopf die Gesellschaft schauerlich anblickte. Schon jetzt schienen die Atemzüge der Anwesenden lauter und unsicher zu werden als zuvor. Ja, die Unruhe vergrößerte sich, je mehr allmählich der Weihrauchnebel dem klaren Lichte weichen mußte, das von einer an dem Plafond befestigten großen Alabasterlampe ausging. Auch blickten die meisten sehr besorgt um sich, wie sie ein Geräusch hinter sich vernahmen, welches beiläufig gesagt von niemand fehrwirrte als ein paar Hausoffizianten, den der Oberste erlaubt hatte, die Szene in einiger Entfernung mit anzusehen. Nach einer minutenlangen Totenstille trat endlich Kalzularo von der Seite hervor. Ein langer Bart hatte sein noch ziemlich jugendliches Gesicht dermaßen verändert, daß er, selbst wenn ihn jemand von den Anwesenden schon früher gesehen gehabt hätte, schwerlich wiedererkannt worden wäre. Die morgenländische Kleidung, die er zu dem Akt gewählt hatte, kam dazu, so daß schon sein Auftreten allein eine große Wirkung hervorbrachte. Und sogleich durch den Stolz auf seine höhere Kunst zu imponieren, hatte der Oberste ihm geheißen, ohne alle Vorbeugung und höfliche Anrede an die Versammlung aufzutreten, auch überhaupt eine Sprache zu führen, welche von der gewöhnlichen Umgangssprache um ein merkliches Abweche. Ein mystischer Gallimathias, meinten beide, würde dabei gar nicht zu verwerfen sein. Kalzularo begann daher mit tiefe, erschütternder Stimme. Das Leben ist da, um sich in den schwarzen Schlund, den wir Tod nennen, hinabzutauchen, und dort einem ganz neuen stillen Reiche einverleibt zu werden. Es ist aus diesem Reiche wieder hervorzuziehen, darin besteht der Zweck aller höheren Kunst. Mögen Thoren und Schwachköpfe von Unmöglichkeiten schwatzen, der Weise beklagt sie, die nicht wissen, was möglich oder unmöglich, was wahr oder falsch, was Licht oder Schatten ist, die die großen Geister nicht kennen und begreifen, welche aus den stummen Gruften und Gräbern, aus den zerfallenen Gebeinen der Abgeschiedenen eine so schauerliche als wahre Sprache vor das erstaunte Ohr der Lebenden bringen. An Euch, die Ihr versammelt seid, vorerst ein wahrendes Wort. Hütet Euch durch irgendeine vorwitzige Frage die Rache des Geistes zu reizen, der von meinem ersten Worte an diesen Totenkopf unsichtbar über ihm schweben wird. Versuchet übrigens, Euer Grauen zu mäßigen, und höret alles in Demuth und Ruhe. Denn ich nehme die Gehorsamen in meinen mächtigen Schutz und lasse nur die Frevler von dem wohlverdienten Verderben ereilen. Der Oberste bemerkte mit innigem Wohlgefallen, welchen Eindruck diese hohlen, mit der nöthigen Pracht und Anmaßung ausgesprochenen Worte auf die vor kurzem noch so ungläubige Versammlung machten. »Die Sache gelingt besser, als ich mir eingebildet hätte!« rüstete er seiner Gemahlin zu, die jedoch kein Wohlgefallen an der Szene bezeigte, er sie einzig ihrem Gatten zuliebe mit abgewartet hatte. Karl Solaro fuhr indessen fort, »betrachtet diesen Schädel! Armselig und hilflos, wie er jetzt vor euch liegt, gehörte er einst einem der stolzesten, unmäßigsten Tyrannen. Meine geheime Kunst öffnete die Riegel, welche das marmore Grabgewölbe einer Reihe von Fürsten verschloss. Und nun ist er da, dem Gebreiten der Geist der Rede zu stehen über sein ganzes, einst so furchtbares Herrscherleben. Er zittert nicht, wie sehr er auch in Drogen gegen mich und euch ausbrechen sollte, denn nur vergeben es wird seine Ohnmacht, sich mit der verschwundenen Größe gegen meine Herrschaft über ihn zu sträuben suchen, wenn keine strafbare Voreil von eurer Seite den stillen Gang meiner ernsten Fragen zu unterbrechen sucht.« Nach diesem öffnete er eine der Versammlungen unsichtbare Seitentüren des Kabinetts, langte eine Kohlenpfanne herein, streute Weihrauch darauf und ging dreimal damit um die Ara herum, unverständliche Laute nach allen vier Ecken aussprechend. Dabei zog er ein Schwert, mit dem er umgürtet war, aus der Scheide und hieb damit in den Weihrauch hinein, auch einige Male mit entsetzlich verzogenem Gesichte, und als ob er den Schädel zerspalten wollte nach diesem, den jedoch sein Schwert ungerührt ließ. Darauf faßte er ihn mit der Spitze des Schwertes an, hielt ihn vor sich hin und trat damit den geängstigten Zuschauern näher. »Wer bist du, elender Staub, hier auf meiner Degenspitze?« fragte Karl Zollaro und das noch mit festem Auge und gut abgemessener Stimme. Aber kaum ist die Frage aus seinem Munde, so erbleicht er plötzlich, sein Arm erzittert, die Knie schwanken, die starren, auf den Schädel gerichteten Augen vergehen ihm. Kaum daß er zuvor noch das Schwert und den Totenkopf auf die Ara zu legen vermag, sinkt er plötzlich und mit allen Merkmalen eines grenzenlosen Entsetzens zu Boden. Die aus Erfassung gerathenen Gäste sehen den Wirt, der Wirt sieht die Gäste an. Niemand weiß, ob dieser rätselhafte Vorfall mit zur Sache gehöre oder wie er sonst zu erläutern sein möchte. Die Versammlung ist aufs Höchste gespannt. Man wartet noch lange, aber der Aufschluß will sich nicht finden. Endlich regt sich Karl Zollaro wieder und fragt, ob sein verstorbener Vater wieder hinweg sei. Hat man sich vorher verwundert, so erstaunt man nun. Der Oberste will wissen, was diese Sonderbarkeiten zu bedeuten hätten, und ob er die Versammlung mit dem versprochenen Totengespräche zum Besten gehabt habe. Karl Zollaro äußerte hierauf, er wolle sich in alles ergeben und jede Bestrafung seines unseligen Frevels gerne leiden, nur bitte er inständig, daß der Schädel wieder an seine Ruhestätte gebracht werde. Er hatte alle Haltung verloren und stand auch nicht eher vom Boden auf, bis die Oberste in seiner Bitte nachgegeben und den Befehl erteilt hatte, den Totenkopf sogleich auf den Gottesacker zu schaffen, um ihn wieder beerdigen zu lassen. Bei dem so ganz unerwarteten Ausgange der Szene verwendete sich kein Auge von dem vor kurzem noch so hochfahrenden Redner, welcher gar nicht wieder zu Atem kommen konnte und von Zeit zu Zeit flehende Blicke herüberwarf, daß man sich nur so lange gedulden möchte, bis seine Kräfte wieder zum Vortrag gesammelt sein würden. Der Oberste erzählte inzwischen den Anwesenden, welch ein Scherz auf eine bis jetzt noch unerklärliche Weise verfehlt worden war. Endlich fing Karl Zollaro sehr kleinmütig an. Das Gaukelspiel, das ich vorhatte, hat gar furchtbar für mich geendigt. Zum Glück scheint der höchst geehrtesten Versammlung der schrecklichen Anblick erspart worden zu sein, der mich wohl um alles Bewußtsein bringen mußte. Denken Sie sich, daß kaum, da ich den Schädel mit dem Schwerte aufgehoben und angeredet habe, er mir auch schon ganz in der Gestalt meines verstorbenen Vaters erscheint. Ob es mein Ohr war, das seine Worte selbst hörte, weiß ich nicht, noch wie sonst mir den Sinn der Anrede, erzittre, Vater Mörder, wenn du nicht umkehrst in den Weg, ob es, den du schändlicherweise verlassen hast, beigebracht wurde. Die grausende Erinnerung behängte den Atem des Abenteurers dergestalt, daß er nichts weiter zu sprechen vermochte. Der Oberste erklärte indessen der Versammlung in der Kürze, was dieser Dunkel in der Rede sein mußte. Darauf sagte er zu dem reuigen Gaukler, »Da Ihnen Ihre Phantasie nun einmal den befremdenden Streich gespielt hat, so ersuche ich Sie, ihr, um künftigen ähnlichen Vorfällen auszuweichen, wenigstens in so weit zu gehorchen, um mit der Erbin Ihres verstorbenen Vaters den angebotenen Vergleich einzugehen.« »Nein, gnädiger Herr,«, erwiderte er, »keinen Vergleich, dadurch würde meine Schuldigkeit nur halb erfüllt. Alles soll ihr gehören und der Prozeß niedergeschlagen werden.« Zugleich versicherte er, daß er seine zeitherige Lebensweise aufgeben und den Wunsch seines Vaters ganz erfüllen wolle. Der Oberste äußerte hierauf, daß dies ein sehr guter Gedanke sei, der ihn mit dem Striche durch die Rechnung, den er ihm diesen Abend gemacht habe, gänzlich aussöhne. Die Versammlung ermüdete nicht mit mancherlei zuweilen recht seltsame Fragen an den Geister sehr. Unter anderem verlangte man zu wissen, ob der Kopf, der ihm erschienen sei, leichenähnlich oder gesund ausgesehen habe. »Vermutlich das erste war seine Antwort. Die grausende Wirkung des Ganzen hatte mich so zermalmt, daß ich das Einzelne wohl darüber vergessen mußte. Denken Sie sich nur einem Sohn, der aus dem Schwerte in seiner Hand den Kopf seines eigenen Vaters erblickt. Der bloße Gedanke könnte ja schon allein zum Wahnsinn führen. »Hatte ich doch nicht geglaubt«, sagte der Oberste, nachdem er den Geister sehr lange angeschaut hatte, daß das Gewissen eines Mannes, der wie sie die Welt durchstreift hat, seiner Einbildungskraft noch so viel zu schaffen machen würde. »Also, gnädiger Herr, Sie zweifeln an der Wirklichkeit der Erscheinung. Ich meines Orts bin bereit, darauf den fürchterlichsten Eid abzulegen. Ihre Behauptung widerlegt sich von selbst. Wir alle haben hier ja ebenfalls Augen für das Wirkliche, und niemand sah etwas aus einem gewöhnlichen Totenkopf. Das kann ich freilich nicht erklären. Aber noch mehr, ich bin sogar überzeugt, woher ist auch immer mir ein Rätsel, doch überzeugt wie von meinem eigenen Leben, daß dieser Schädel wirklich der Schädel meines Vaters selbst müsse gewesen sein, auch hierauf erbiete ich mich zu dem schauerlichsten Eide. Ihnen, den mein Ei zu ersparen, soll sogleich vom Totengräber Auskunft eingeholt werden. Der Oberste ging hinaus, um dies anzuordnen. Als er nach einer Weile wieder hereinkam, sagte er, »Wunderbar genug ist der Totengräber hier im Haus, aber nicht in dem Zustand Antwort zu geben. Um das Schauspiel, welches ich meinen Gästen zugedacht hatte, ebenfalls mit anzusehen, hat er sich unseren Leuten beigesellt, welche zu demselben Zwecke die Thüre, durch welche die Augpfanne hereingegeben wurde, leise geöffnet haben. Zugleich mit unserem Geistersheer ist auch der Totengräber umgesunken und bis diesen Augenblick noch nicht wieder zum Gewußtsein gelangt, ob schon alle hierher gehörigen Mittel versucht worden sind. Einer der anwesenden Herren behauptete jetzt, daß ein starker Likör, den er, der eben fast zu Ohnmachten geneigt sei, bei sich zu führen pflege, die hartnäckigsten Zufälle dieser Art jederzeit zuverlässig vertreibe. Die ganze Versammlung begleitete ihn zu dem Kranken, aber auch dieses Mittel schlug nicht an. »Unfehlbar ist der Mann ein Kind des Todes«, sagte der Herr. Die Turmuhr, welche eben die erste Stunde nach Mitternacht ansagte, mahnte zum Aufbruch. Doch die Regung, die unmittelbar darauf in dem Ohnmächtigen von selbst sich zeigte, hielt die Gäste beisann. »Gott sei Dank«, rief der Erwachende, daß er nun wieder zur Ruhe ist. »Wer, Alter?« fragte der Oberste. »Der selige Schulmeister.« »Hat denn der Schädel wirklich diesem gehört?« »Ach, wenn Sie's nicht ungnädig nehmen wollen, ja! Alte Leute und Vorwitz, man sollte's kaum glauben, aber ich habe doch welchen gehabt. Nun ist es so gekommen.« Aus diesen rätselhaften Worten war wenig zu nehmen. Daher fragte der Oberste, wie er auf die Idee geraten sei, Justus Schulmeisters Schädel herauszuholen. »Eben aus gottlosem Vorwitz, da spricht man immer, daß, wenn die Kinder die Schädel ihrer verstorbenen Eltern nach Mitternacht anreden, diese Schädel wieder zu leben anfingen. Das wollte ich denn versuchen, mache aber in meinem Leben den Versuch nicht noch einmal. Zum Glück ist der Schädel nun wieder zur Ruhe.« Man fragte ihn, woher er das wisse, und er antwortete, daß er alles in seiner Totenschlafe gesehen habe. Schlag ein sei seine Frau damit zu Stande gewesen, dabei beschrieb er die Art ihres Verfahrens nebst allen Umständen. Die Versammlung war von dem mancherlei Ohnerklärlichen wieder so munter geworden, daß sie nun auch die Rückkehr des Bedienten abwarten wollte, den der Oberste deshalb sogleich an die Frau des Totengräbers abschickte. Wirklich verhehlt sich alles, wie dieser gesagt hatte. Schlag ein Uhr war der Schädel neu beerdigt gewesen. Die sonderbaren Vorfälle hatten sämtlichen Anwesenden eine weit schauerlichere Nacht herbeigeführt, als der Oberste ihnen zugedacht hatte. Seine eigene Einbildungskraft war so aufgereizt, daß ihm jeder leichte Wind stoß, jedes knisternde Wort als die Vorboten eines unwillkommenen Zusammentreffens mit der Geisterwelt erschienen. Mit dem ersten Morgenlichte verließ er daher sein schlafloses Bette, um am Fenster zu sehen, als sie ein Leben schon vom Gasthof her sich hören ließ. Es waren die Gaugler, welche schon fix und fertig auf dem Wagen saßen, um abzufahren. Karl Solaro fehlte noch. Aber bald erschien er eben vor seinem Wagen. Man nahm wirklich Abschied von ihm. Besonders schienen die Kinder diese Trennung sehr ungern zu sehen. Die Wagen gingen ab, und der Oberste winkte dem Zurückbleibenden. »Fast muß ich fürchten, redete er ihn beim Eintreten an, daß sie die Truppe heute schon gänzlich aufgegeben haben.« »Und sollte ich dies nicht, gnädiger Herr?« »Es ist meines Erachtens ein fast so übereilter Schritt als der, welcher sie in diese Verhältnisse verflocht. Sie hätten doch darauf denken müssen, das kleine Kapital, das in der Sache steckt, mit guter Gelegenheit herauszuziehen.« Sie vergessen, Herr Oberster, was mir begegnet ist, und daß ich keinen ruhigen Augenblick mehr unter jenem fast nur halbmenschlichen Kreise haben würde. Der Anblick von voriger Nacht erstarrt mir noch immer das Blut in den Adern, wenn ich jen in mein Gedächtnis zurückrufe. Alles muß sogleich zur Versöhnung des schwer beleidigten Schattens geschehen. Übrigens hatte ich mich noch ganz leidlich aus den Verhältnissen gezogen, die wahrlich auch nichts Annehmiges hatten. Denken Sie sich nur das Unglück einem Trupp zusammengelaufener Menschen vorzustehen, die um einen Bissen schlechten Brotes das Leben jeden Augenblick aufs Spiel zu setzen gezwungen sind. Alles dabei nichts als leerer Schein. Alles muß zusammengegeizt werden, um dem Ganzen seine kümmerliche Existenz zur Not doof zu fristen. Die Skelette von Pferden mögen als traurige Beweise dienen. Der Lustigmacher bei der Truppe, ein Mensch ohne alles Gefühl, hat längst nach Übernahme desselben getrachtet. Er ist, ich weiß es sicher, schon damit umgegangen, mich auf irgendeine Weise aus der Welt zu schaffen, um zu seinen Zwecke zu gelangen. Daher kann man es wohl nicht Übereilung nennen, wenn ich ihm auch für ein geringes Geld meine Rechte bald möglichst abgetreten habe. Niemand dauert mich aus die armen Kinder. Gerne hätte ich sie ihm abgekauft, um sie der unseligen Laufbahn zu entziehen, aber um keinen Preis waren sie ihm feil. Mein Trost ist noch, daß die schlechte Behandlung, die ihrer bei ihm unfehlbar wartet, sie vermutlich zur Flucht antreiben und so einer besseren Bestimmung zuführen wird. »Und was denken Sie anzufangen?« »Was ich gesagt habe, irgendein kleiner, unbekannter Winkel Deutschlands soll ihm Rufe gewidmet werden, dem mein Vater mir zugedacht hatte.« Der Oberste bat ihn, noch einige Tage zu warten, weil er vielleicht etwas für seine Zukunft tun könne. Inzwischen kam auch die Erbin seines Vaters, um sich mit ihm zu besprechen. Als er ihr seinen Entschluß eröffnete, ersuchte sie ihn, die Hälfte der Erbschaft wenigstens als freies Geschenk von ihr nicht zurückzuweisen. Das milde, gutmütige Wesen der hübschen Person gefiel ihm dergestalt, daß er sich gar bald um ihre Hand beworb. Er erhielt die Zusage darauf, und der Oberste sorgte nun um so lieber für den Mann, der sich sein Wohlgefallen erworben hatte. Auf einem fernen Gut, das seiner Gemahlin zugehörte, befriedigte er Karl Solarus' Verlangen, seines Vaters Beruf fortzusetzen. Ehe er dahin abging, suchte er seinen deutschen Nahen wieder hervor. Auch besorgte der vor Kurzem noch über seinen Starrsinn erzonnte Pastor im Beisein der Gutsherrenschaft die Trauung des frohen Paares, dem ein artiges Fest auf dem Schlosse bereitet wurde. Am Abend, als die Sonne kaum untergegangen war und die Neuvermählten etwas entfernt von den übrigen im Laubgange sich einen tiefen Nashenden zu überlassen schienen, da sahen sie einander plötzlich an, und es war ihnen, als ob jemand ihre Hände ergriffe und den einander legte. Wenigstens versichern sie, der Trieb, sich die Hand zu reichen, sei so rasch und unwillkürlich in beiden zugleich entstanden, daß sie selbst einen Befremden darüber angewandelt habe. Einen Augenblick später hätten sie auch beide die Worte gehört »Gott segne Euch« und zwar ganz deutlich von der Stimme des verstorbenen Vaters ausgeschworen. Kurze Zeit darauf äußerte der neue Ehemann gegen den Obersten, daß ihn ohne diese tröstlichen Worte das schreckliche Bild aus jener frevelhaften Nacht gewiß Zeitlebens verfolgt und seine seligsten Stunden plötzlich vergiftet haben würde. E.A.P. Productions